Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Lotto 6 aus 45 Lotto Plus und Joker. Bei der ersten Ziehung des neuen Jahres am vergangenen Mittwoch hat es keinen Lotto-Tipp mit den sechs richtigen gegeben. Damit geht es bei der heutigen Ziehung um einen Jackpot. Ziehungsgeräte und Kugeln sind notariell überprüft und ich drücke Ihnen die Daumen. Und die erste Gewinnzahl von heute Sonntag lautet neun. Die zweite Gewinnzahl ist eins. Heute auch mit dabei ist 35. Die vierte Gewinnzahl lautet 15. Die fünfte Gewinnzahl ist 14. Und der heutige Sechse ist komplett mit 20. 20. Fehlt somit noch die Zusatzzahl und diese ist 3. Sollten Sie die sechs richtigen in einem Ihrer Tipps haben, haben Sie den Lotto-Jackpot geknackt. Und damit kommen wir zu Lotto Plus. Lotto Plus eröffnet Ihnen eine zweite Chance auf einen Gewinn. Und die erste Gewinnzahl bei Lotto Plus ist 33. Die zweite Lautet 27. Weiter geht es mit 18. 18. Die vierte Gewinnzahl bei Lotto Plus ist 14. 14. Die vorletzte lautet 28. 28. Und komplett ist der Lotto Plus Sechser mit 4. Auch bei Lotto Plus hat es keinen Sechser gegeben. Die Gewinnsumme wurde wie gewohnt auf die Fünfer aufgeteilt. Und damit kommen wir zum Joker. Beim Joker ist am vergangenen Mittwoch ebenfalls ein Gewinn im ersten Rang ausgeblieben. Somit geht es auch hier um einen Jackpot. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Die erste Stelle der heutigen Jokerzahl lautet 0. 0. An der zweiten Stelle haben wir 7. 7. Und 7. Und jetzt kommt uns dran. Die dritte Stelle lautet 6, 6. An der vierten Stelle haben wir 5, 5. Die vorletzte Joker-Stelle heute Abend ist 2, 2 und die sechste und letzte Stelle lautet 9, 9. Wie viel Sie gewonnen haben, können Sie mit der Lotterien-App oder im Teletext auf Seite 721 überprüfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und auf Wiedersehen am kommenden Mittwoch.